Hier! Können durchkommen Erstaun Hier kann ich die Pfeile ganz viel aufnehmen Ich loot mal, mal gucken ob es klappt Es ist hier eine Abschreibung gewesen Hier gehts auch noch lang Aber dann gehen wir jetzt durch hier ran Achtung, wieder kleine Missgeburten Das kommt davon Wenn du auf dem Pool war, Abschlussball bist Seine Klassenkameradin pickst Und ihr absolut nicht bereichert Die Kinder Und sie dann in den Biomüll werft From Night Dump the Babys Baby Geh mal hier nach links Mal gucken, was findet ihr denn da? Da ist das Also da ist Socker ist da Das ist Oh Kundenfähig Okay Aber wir finden hier den Seilwerber Yeah Wollen wir nochmal kurz drüber gehen? Ach Ah Warum? Weil da hinten war noch eine Abzeigung Vielleicht schauen wir mal was da ist Da wird nicht viel sein Also ich brauch es nicht unbedingt Gut Gut Du bist voraus Geronimo! Yay! Geht nur voraus, schaust dann Weil bei mir jetzt irgendwie nicht Ich bin eh reagiert Macht nur Ich geh nochmal kurz pullern Ah Schaust dann Schaust da G nheng Die Die late Weihnachten Geronimo hang Große So, oops. bin so müde also hier im spiel gehen wir erstmal raus ja bin ich schon in der kannte zeit aber ich bin noch gar nicht einer in den titel trinken habe ich ja schon wegen dieser scheiß kälte bringt das gibt gar nichts Seilpistole und jetzt Ich würde sagen Irgendwo hingeht es zum Speichern Ja Entweder zurück nach Hause Und dann weiter oder Eine kleine Hütte Wir müssen da sowieso theoretisch zurück In die In die Höhle da geradeaus Aber wir bauen uns da gleich eine kleine Hütte Hat jemand noch ne planen? Ich hab noch eine Ja ich Ich mach schon Ja ich hab Drei Stück wahrscheinlich Ich weiß nicht warum das jetzt so lange gedauert hat Aber ok Ich würde mal gucken dass wir vielleicht Ein Feuer oder so machen Ich kümmere mich ums Feuer Ich speichere mal ab Ich mach das Feuer Nicht Ah macht schon Feuer Ah Kelvin Ich pöre ein bisschen was Äh wollen wir pennen? Damit zell wird Oder kurz ich will noch Fleisch pöreten Weil wenn wir schlafen ist es Feist verbrannt Achso Ich schlafen wir durch Ich glaube wir werden angewöhnen kommen Ich glaube wir werden angewöhnen kommen ich höre doch schon wieder ich sollte nicht im feier stehen warte kurz vor allem halten da ist noch einer fleisch verbrannt alles hin ich hab da so viel fleisch reingelegt ja können wir machen hallo junalein hier bin ich das fleisch ausgenommen was ich reingelegt hatte dann ist meins glaube ich verbrannt ich habe keine ahnung aber egal ich habe ja nicht so als hätten wir nicht genug essen erst mal was essen hier hast du gespeichert mache ich gleich vor allem muss ich noch mal was trinken ich auch komplett leer hier muss doch irgendwo ein fluss sein ja geradeaus aber sogar ein langes so nervig da wollen wir mal gucken wo belangen müssen da hat man da gerade gefehlt geradeaus in diese richtung gegen die überpunkte gelaufen sind da müssten wir dann mit dem teilwerfer weiterkommen um die schaufel zu kriegen und dann können wir alles abklappern ja also ihr könnt ja wenn ihr die story durch haben ihr dürft ja noch mal neu spielen auf friedlich wo wir halt nur bauen nochmal auf friedlich muss nicht sein das passt schon so das dann kommt ist gut ich muss erstmal wieder rüstung mal annehmen soviel zum thema so sollten soviel zum thema sollten eigentlich nicht so viele kannibalen kommen wenn du die ein ding kommt so ein ding kaputt machst machen wir hier schon ihr könnt es auch nicht auf oder die kisten hier ne komisch aber ich glaube das ist eine falsche hule wir können auch mal reinschauen und schauen was rauskommt schaden tut es nicht oder ein bisschen zeit wir waren es schon definitiv ich erinnere mich wir waren hier schon ja vielleicht kam hier nicht weiter weil der ntk hat weil wir keine ntk hat ne hier haben wir den taucher hier waren wir schon aber komisch die taucher wird auch damit woanders ne ne wir haben hier die taucherglocke glaube ich wir müssen geradeaus zu der höhle die ganz nah am gipfel ist w so wir das und wir auch da wir 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 Was ist denn jetzt los? Ein bisschen der Windchips Pass. Ich spiele in The Forest, weil der Justin da so wollte. Und der Andi auch. Eigentlich wollte ich ja eine Runde Hogwarts Legacy spielen. Ich spiele mir lieber diesen ungebelligsten Backshit rein. Wir haben Besuch. Na gut, eigentlich sind wir hier jetzt gerade, der Besuch. Da kannst du die Dinger verschlagen. Ja, ich weiß, du musst dich am Teil. Die Musikbox meine. Ein Seilmeer? Du kannst dir wahrscheinlich auch Scheibe anlegen, glaube ich. Oder? Ja. Der ist auch besser für die Kälte. Das kann ich in meinem Seil machen. Gar nichts. 5Z Energy Drink. Now in three new flavors. Thermal Grape, Bloody Banana and Chilling Cherry. Blast off with 5Z. Ich sag dazu nichts. Wer ist denn da, der ist das? Ruhe. Hast du hier schon ein Kollege genommen, Graf? Bitte? Wo? Wo ich hier stehe? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Da, wo ich stehe. Willst du vielleicht mehr schaden? Kann sein, dass ich den schon aufgenommen habe. Ich sehe da nichts. Doch egal. Kannst du auch die Klimaten wechseln? Kannst du ja mal schauen, ob du den hast. Komm, lass uns einfach durchgehen. Ich habe keinen Bock, mich staunen. Ständig mit unendlichen Kannibalen rum zu ärgern. Das ist mir zu blöd irgendwann. Hallo? Geh hoch. Weiß recht nicht. Oh, Working. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe, ich sehe. Scheiße. Okay. kommst du an die ja ich habe doch mal eine flasche aufgerüllt ja hier braucht man glaube ich den ich weiß aber da unten war noch ein tank naja luft voll naja ich habe auch voll du musst das seil angucken nein du musst gar nicht du musst das seil angucken und dann einfach e drücken ob du das ding ausgerüstet hast oder nicht ist egal mach ich dir vor einfach hier hingehen kurz springen und e drücken genau nicht halten aber nur einmal kurz drücken dann kannst du ja fein gemacht ja super gemacht wir müssen hier warte 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 irgendwo war doch auch noch dann schauen wir dann neben dem toten berger weiter liegen weg durch die höhle folgen na toll das bringt halt in dem sinne auch nix wir müssen aber tauchen naja wir müssen uns nicht anlegen wir können auch ganz weiter gehen dann sehen wir erstmal noch mal wir müssen hier runter ganz runter damit ich weiß den heißt jetzt brenn kleine schlampe brenn mir weg warte mal ich gucken ob ich da irgendwas brauchen kann piloten gut ist jetzt nicht so tragisch damit insgesamt acht stück vom hier ja hier war noch was am looten ich glaube hier ist noch ein luftank ja 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 Ich bin schon das erst, was ich getroffen habe. Und unten hat meine Rüstung ganz schön daugehauen. Meine Rüstung liegt hier, kannst du die Tür nehmen. Bitte? Weil meine Rüstung ist voll und kann auch nichts mehr aufnehmen. Ich glaube, du musst es mir explizit geben. Ne, das liegt auf dem Boden hier. Wo? Ich sehe nichts zum Aufnehmen. Einmal bei mir hier, direkt vor mir. Warte, 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 ich glaube, ich habe auch genug jetzt. Und eins liegt auch hier unten. Ich habe jetzt 10. Oh, Traste hat auch was genommen. Ich habe jetzt in dem Kampf keinen Schaden bekommen. Ja, ich habe ordentlich damage bekommen. Nein! Joach! Ich bin runtergerutscht. Ich auch. Aufpassen, dass ich nicht näher rutscht. Ich glaube, wir müssen hier links lang. Ja. Glaube ich auch. Wenn wir mal was probieren. Wenn wir mal was probieren. bleibt mal weg willst du in die luft sprengen habe ich vorher glaube ich nicht dass es klappt aber doch es ist komisch hier ist ganz viele ich bin unterwegs wir haben ja schon eine kleine engstelle und nicht wiederkommen können ist auch komisch dass man das nicht aufsprengen kann das sieht mir so aus das ist egal ich hab eigentlich alles voll ich nicht mehr ich habe ich lustig aus ich will nur gucken wo wir lang müssen ich hole mir gerade noch mal lustig brauchst du noch was ich bin mit allem voll ich bin jetzt zehn folgen ich brauche jetzt nichts mehr hier wird noch was fluten aber dann hier ist noch eins nehmen kannst dann mache ich mit dann kannst du meins aufheben dann wirst du voll sein hier liegt auf dem felsen hier oben direkt auf wo ich stehe super ich muss es gehabt haben stell dir vor wir in einzelnen kommen nur eins raus dann wäre mir schon unten noch nichts voll gegner vorsicht da wir als alle volle sind brauchen wir auch nicht zu looten da sind noch zwei gegner drei gegner vier gegner alter mich haben sie fast down gehauen hier war noch die hälfte nur noch noch zwei lustig habe ich dann geht zurück ja 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 es ist jetzt aber fast übertrieben ja 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 Ich hab hier noch einen. Ah, Mist. Sorry, aus Versehen gelootet. Wir müssen uns jetzt erstmal wieder... Ich will mir das mal wieder voll machen hier. Konnte ich jetzt nicht mehr, weil irgendeiner das Ding weggetreten hat. Wo sind denn wieder Viecher? Natürlich kann ich die jetzt alle nicht mehr rufen. Doch hier. Das hat so gut geklappt, als ich alles gemacht hab. Hier vor mir? Ja. Ich glaub das sind vielleicht zwei. Oh, hier hab ich's richtig anvisiert. Hier. Oder kurz. Wenn ihr jetzt schon weg, wärt müde. Schönen Abend. Mach's gut, Juna. Schönen Abend. Ja. Schönen Abend. Schönen Abend. Hier sind noch mehr gewesen scheinend eigentlich. Hier sind noch Babys. Hier wird kommen. Drum. Hall 활동. Lfs 파! Hier. Hier. Geh! sollte ich glaube ich hier sollte man sich recht ja Ja, das ist ein Walsner, der macht die meisten Zauber. das tut joa können wir looten wir waren so wie ich dass ich vorgebe was wir looten weil dann klappt nämlich auch so hier den großen der ganzen am wasser liegt das sind zwei also ausgewählt macht nix ich hab zum klingel geklickt meine rüstung haben sie gute augenraum hier liegt noch einer im wasser die kreber wir machen uns wieder voll und ich bin zwar voll aber ich hab nichts übrig noch einer ich bin voll und in lager habe ich drei stück ich bin voll und habe im lager ich hab zwei technik die gebaut sind hier ist noch was zum lagen zum aufsport ja let's go hier gibt es auch die vorsicht babies ja 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 also als ich selbst gespielt habe war ich dem großen ding da drüben schon drin ja gut kommen wir uns schaufeln da drüben war ich auch schon schön ich komme jetzt rein also da geht es nicht lang wir müssen zurück es wäre zu schön wenn man da so irgendwie zurückkommen würde haben wir das geld hier liegen lassen oder so